Bastelzeit. Heute wieder ein alter Bekannter und dummerweise zur Reparatur. Und es ist sogar ein ziemlich wichtiger Bekannter, nämlich der hier. Das hier ist mein Unity UT210e. Hatte ich hier schon mal gezeigt. Ist ein ganz praktisches Ding. Ist ein kleines Multimeter. Ihr seht ja jetzt so im Vergleich zu meiner Hand. Das kann man relativ schnell überall hin mitnehmen. Und vor allen Dingen, es hat eine Zange. Und hiermit kann man Strom messen. Und ganz wichtig, was ein Unterschied zu vielen anderen ist. Hier das geht nicht nur für AC, sondern auch für DC und für kleine Ströme. Hier gibt es nämlich eine 2 Ampere Einstellung mit drei Stellen in den Sandkomma. Also aufs Milliampere genau. Also zumindest von der Auflösung her. Nun ist das Ding weder gut noch genau noch sonst irgendwie speziell. Aber es ist klein. Es frisst wenig Batterien und kann eigentlich alles das erfüllen, was ich gerne haben möchte. Aber momentan trollt mich das so ein bisschen. Wenn wir es jetzt nämlich mal einschalten hier zum Beispiel. Das ist jetzt VAC. Ist leider eine Eigenheit, die ja nicht ganz so dolle ist. Wenn man es einschaltet, ist es immer AC. Kann man drücken. Geht es auf DC. Ok, das funktioniert. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Jetzt hat er gerade ausgeschaltet. Warum? Der hätte eigentlich nicht ausschalten sollen. Und wenn wir jetzt einen weitergehen. Das hier ist die Maßeinheit für Pieper. Und ich hole mal gerade einfach zwei Messkabel hier. Die sind in Ordnung, die Messkabel. Und ihr hattet es gerade schon gehört. Es hat irgendwie gepiept. Und er ist wieder zurück. Nee, er ist nicht zurück gesprungen. Aber wieso piept er jetzt? Also ich habe hier meine Hände und die Messspitzen liegen hier lose. Also sollte nicht passieren, oder? Und vor allen Dingen. Er startet neu, wenn ich hier tippe. Also ich gehe davon aus, dass hier irgendwas mit dem Rad kaputt ist. Heißt also offensichtlich Reparaturzeit. Und ich gucke mal. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen mehr machen, als das Ding nur zu reparieren. Denn es gibt einen Trick. Ihr habt ja eben gesehen hier. Der startet den AC. Es gibt wohl einen Trick, den EEPROM hier ein bisschen um zu programmieren, dass er einen DC startet. Das wäre auch ganz cool. Also jetzt habe ich immerhin Grund, das Ding zu zerlegen. Ihr seht, ich habe schon angefangen. Batterien sind bereit rauszukommen. Und das Ding wird zusammengehalten von zwei Kreuzschrauben. Gehen wir mal auf die Suche nach den passenden Schrauben. Reaziar, wie auch immer man das nennen will. Und gucken, was hier so im Inneren steckt. Und vor allen Dingen, was hiermit passiert ist. Mit Glück ist es nur irgendwie verstaubt. Ich fürchte aber nein, weil normalerweise staubt, wenn man den die ganze Zeit hier so mal ein bisschen bewegt. Wird es besser. Wird hierbei nicht. Könnte auch sein, dass es einfach abgenutzt ist. Dann ist natürlich nichts mehr zu retten. Wäre ein bisschen schade, weil so alt ist das Ding noch nicht. Ist natürlich eine Möglichkeit. Machen wir mal auf. Dann wissen wir auch mehr. Erster Blick. Nichts Böses zu sehen. Nicht, dass irgendwie Feuchtigkeit reingekommen wäre oder irgendwas. Oder irgendwelche Schmauchspuren. Also probieren wir es mal weiter. Wir haben hier einen Stecker. Ich bin mir nicht sicher, ob das doch. Müsste beides sein. Sowohl hier die Strommessung als auch hier oben ist ein EF. Elektromagnetisches Feld. Da kann man gucken, wo oder angeblich gucken, wo Kabel in der Wand sind und sowas. Hat bei mir nie wirklich funktioniert. Aber es ist halt da. Gucken wir mal den raus. Und dann haben wir hier noch jede Menge Schrauben, um die los zu bekommen. Okay. Einen Draht haben wir noch. Der hier drauf geht. Der ist gelötet. Den kriege ich so nicht weg. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst. Und was ich gerade sehe. Es gibt manche lackierte Schrauben und manche unlackierte. Wunderschön. Hier haben wir auch unser Drehrädchen schon mal. Die drei Silber. Der Rest schwarz. Okay. Dann drehen wir rum. Und da ist Belag. Okay. Da ist anscheinend irgendwie... Das sieht mir nach Fett aus. Was wahrscheinlich hier extra drauf war. Was dann jetzt eventuell Kontaktprobleme macht. Das heißt, das können wir eventuell mit ein bisschen Putzen wieder in Ordnung bringen. Gut. Ich suche mal irgendwie ein bisschen Aluhol, um hier sauber zu machen. Das sollte dann schon mal den Fehler beheben. Und dann gehe ich mal im Internet auf die Suche. Denn ich kann mich daran erinnern, dass mir einer schon mal geschickt hatte, wie man das macht. Da wird es bestimmt irgendwo eine Anleitung geben. Gut. Und hier können wir es unter dem Mikroskop auch nochmal genau sehen. Da sehen wir diesen Belag relativ gut. Ist wie gesagt irgendein Öl. Ich bin einfach mit Alkohol drüber gegangen. Einmal sauber gemacht. Und Überraschung. Danach funktioniert das Ding wieder. Also Problem schon mal behoben. Gehen wir weiter zum Umbau. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte hier die Konfiguration verändern. Unter anderem so, dass er mit DC startet. Das macht mir das Leben deutlich einfacher. Muss ich nicht so viel rumdrücken. Um das zu machen, müssen wir erstmal den Konfigurationsspeicher finden. Das ist hier so ein kleiner 8-Pin-Chip. Ist üblicherweise irgendwas mit 24c drauf. Bei dem Multimeter hier, da sitzt der unten in der Nähe von den Anschlüssen für die Messkabel. Eventuell muss man hier diese blauen Moffs ein bisschen auf Seite biegen, dass man da dran kommt. Und das erste, was wir machen müssen, das ist hier unser Programmiergerät anschließen und danach irgendwie die Konfiguration, die da drauf ist, runter kopieren. Das hat zwei Gründe. Nummer eins. Wir haben dann Backup und können jederzeit auf den Originalzustand wieder zurückgehen. Und Nummer zwei. In diesem Chip hier, da sind Konfigurationen drin, was Kalibrierung angeht. Das heißt also, wenn wir die nicht hätten, dann wären unsere Messergebnisse nicht mehr genau. Da stehen quasi die Daten drin, wie genau das Modell, was man gerade vor der Nase hat, aufgebaut ist. Wie die Toleranzen von den Widerständen sich auswirken und so weiter. Um da was anzuschließen, gibt es mehrere Optionen. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, die Leiste daneben zu benutzen. Da sind ja Anschlüsse. Kann man tun, weil mir jetzt zu viel Aufwand. Das zweite, was ich hier gemacht habe, das ist so eine Klammer benutzen hier. Das ist einfach nur so eine Plastikklammer mit einer Feder und unten sind dann Kontakte, die auch gefedert sind. Wenn wir das hier auf den Chip draufsetzen, dann stellt die da den Kontakt her und wir können entsprechend den Chip direkt programmieren, ohne da irgendwas ändern zu müssen. Da gibt es ein kleines Sternchen, was man da beachten muss. Und zwar, wenn wir wirklich das hier in Circuit ohne auszulöten machen, dann ist ja auch noch der Hauptprozessor links daneben mit dem Chip verbunden. Und eventuell, wenn wir Strom drauf geben, fängt er an zu lesen oder zu schreiben. Das kann dazu führen, dass die Daten nicht sauber übertragen werden können. Ich habe es bei mir probiert. Bei mir ging es. Allerdings habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, die damit Probleme hatten. Also wenn es Probleme gibt, im Zweifelsfall muss man das entweder den Chip auslöten. Oder was man machen kann, ist beim Hauptprozessor, den wir da links im Bild sehen, gibt es einen Pin, der ist Reset. Wenn wir den entsprechend auf Ground, glaube ich, legen, dann bleibt der aus. Ich schreibe es unten in der Artikelbeschreibung oder auch hier als Einblendung hin, was der richtige Pin ist, wenn das der Weg ist. Alternative ist, wie gesagt, auslöten. Geht am einfachsten mit Heißluft. Entsprechend einmal drüber gehen, dann hat man den Chip relativ schnell in der Hand. Und ich habe hier solche ZIF-Sockel oder wie auch immer man sie nennen, Programmier-Sockel. Ist im Prinzip auch ein gefedertes Teil. Da legt man den Chip rein, lässt los, die Federn stellen Kontakt zu den Beinchen her und unten haben wir einfach dann unsere Pin-Leiste, wo wir dann wieder weiter verbinden können. Ich habe es in beiden Fällen an hier meinen EZP 2010 dran gemacht. Ist nicht ideal. Der ist offiziell, glaube ich, nur für maximal Windows XP oder sowas gedacht gewesen. Alternativ kann man alles andere benutzen, was irgendwie einen I2C EEPROM programmieren kann. Das heißt also im Zweifelsfall geht es auch mit ein bisschen Arduino-Software oder hier so einem, ich glaube, das ist normalerweise gedacht für UART, also USB auf seriell oder so. Funktioniert im Prinzip alles. Müsst ihr mal gucken, was ihr da habt, wie man das programmiert. Aber bei all diesen Varianten habt ihr üblicherweise die Möglichkeit, entweder hier so eine Hex-Ansicht zu bekommen oder direkt die Datei abzuspeichern. Am Ende brauchen wir schlicht und ergreifend eine Datei, wo die Binärdaten drin sind, die aktuell auf dem Chip sind. Ich bin bei mir hingegangen, habe den Chip dann mit der Klammer zum Beispiel mehrfach gelesen. Einfach um sicherzugehen, dass das alles sauber ist und mir die abgespeichert. Und da kommen wir dann jetzt an das wunderschöne Thema. Was machen wir denn jetzt mit den abgespeicherten Daten? Das ist der Moment, wo ich ein großes Dankeschön an Ben oder BD Low auf GitHub hier aussprechen muss. Der hat nämlich eine Seite hier zusammengestellt mit allen möglichen Informationen über dieses Gerät und wie man das Ganze hacken kann. Wie er es nennt. Und ja, da findet man sehr viel raus. Unter anderem, dass es zwei Multimeter gibt, die genauso aussehen. Und zwar die älteren Units. Die älteren. Die haben einen DTM0660L als Hauptprozessor. Die neueren einen DM1106EN. Problem an der Sache? Naja, die sind nicht beschriftet. Jedenfalls ist bei mir der Chip nicht beschriftet. Von daher ist es schwer rauszufinden. Ich weiß, dass ich von beiden ein Modell da habe. Von daher funktionieren sie auf jeden Fall beide. Und was man hier rausfinden kann, ist, dass da eine Menge möglich ist. Das Original hier ist nämlich ein 2000 Countmeter. Das heißt also, wir können zum Beispiel bis 2,000 Volt hochgehen. Und dann würde er hoch springen auf die nächste Range. Das heißt also, nur noch 2.00 bis 20 anzeigen. Das Ganze dann hier. Allerdings, es gibt halt ein paar Möglichkeiten. Denn original ist das hier 4000 oder sogar 6000 Count. Das heißt also, wir können die Auflösung noch ein gutes Stück rausziehen. Bei den neueren Modellen sogar bis 9999. Das heißt also, wir können jetzt plötzlich nicht mehr bis 2 Volt mit voller Auflösung messen. Oder mit drei Stellen hinterm Komma messen. Sondern bis 9999 Volt mit voller Auflösung hinterm Komma messen, wenn wir das wollen. Das ist so eine Sache. Die andere Sache ist dann hier zum Beispiel Backlight Timer, Auto-Off-Timer kann man ändern. Man kann AC und DC tauschen, was ich eben meinte. Und man kann sogar eventuell Sigrock-Support mit Serial und UART machen. Das ist auf jeden Fall noch was, was ich mir auch noch angucke. Weil ich habe noch ein kaputtes, glaube ich. Ist, glaube ich, der Bildschirm kaputt gewesen. Ist aber nichts für hier das Video. So. Wie macht man das jetzt? Naja, man kann entweder hier reingehen und hier unten ist eine schöne Beschreibung mit den ganzen Hacks-Werten, was wo ist und was man wie tauschen muss. So, das kann man einfach benutzen. Alternativ, es ist auch ein Datenblatt verlinkt, wo dann grob zumindest erklärt wird, wie das Ganze intern aufgebaut ist mit den Hacks-Adressen, was die ganzen Sachen bedeuten. Das Pin-Out. Irgendwo waren aber auch die Hacks-Adressen. Und ja, so kann man sich dann seine Konfiguration zusammenbauen. Und das ist der Moment, an dem eventuell bei mir Dinge eskaliert sind. Denn ich bin hier durchgegangen, habe mir das Ganze durchgelesen, habe mir meine Hacks-Datei zusammengebaut und dachte mir dann, ist schön, aber das muss doch auch einfacher gehen, oder? Naja, am Ende rausgekommen ist dann das hier. Das sind ein paar sehr viele Zeilen HTML und JavaScript, die im Prinzip nichts anderes machen, als diese ganzen Prozess-Datenblatt Auswahl machen und dann eine Binär-Datei generieren, in den Browser verlagern. Das sieht, wenn wir das nicht im Quelltext angucken, hier so aus. Wir haben hier den UT210E EPROM-Kalkulator. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr euch selber dann entsprechend angucken und benutzen, wenn ihr so ein Ding habt. Und ja, im Prinzip braucht ihr hier einmal den EPROM-Dump, also das, was wir eben gelesen haben. Den muss man hier einmal auswählen. Machen wir das mal hier so. Ja, jetzt hat er es geladen, hat einen Moment gedauert. Wichtig dabei, das Ganze läuft nur in eurem Browser, da wird nichts hochgeladen oder so. Also das ist alles lokal im Browser einfach. Und wenn wir das geladen haben, sehen wir hier unten schon, er hat alles ausgefüllt. Er hat hier Backlight-Time, ist aktuell 15 Sekunden, AutoOffice 15 Sekunden. Die Funktionen, zum Beispiel wenn wir auf Volt stellen, ist nativ erstmal AC Volt. Und wenn wir einmal drücken, ist DC Volt. Und wenn wir nochmal drücken, die anderen beiden sind disabled, geht er wieder zurück. Genauso wie oben, 2 Ampere, 20, 100 und NCV. Und ja, hier unten haben wir auch die Resolution. Prinzipiell ist das auf 6000 Count bereits konfiguriert ab Werk. Allerdings, das Upper Limit ist auf 2200 gesetzt. Das heißt, bei 2,2 Volt würde er hochschalten auf die nächste Range. Und bei 190 würde er wieder runterschalten. Und ja, hier unten sind auch noch Limits. Und die Calibration ist auch hier drin. Das sind diese ganzen Werte, wovon ich eben geredet habe. Am Ende haben wir noch eine Hex View. Entsprechend von dieser ganzen Binärdatei. Das heißt, wir können hier einfach drüber gehen. Das ist jetzt die Adresse 0x8c. Und da steht jetzt die 0x1e drin. Was wir jetzt machen können, ist entweder Sachen per Hand ändern. Zum Beispiel können wir sagen, unser Backlight soll nicht 15 Sekunden an sein, sondern das soll 30 Sekunden an sein. Und Auto, Power Off wollen wir komplett deaktivieren. Können wir einfach hier eintippen. Wenn wir jetzt noch mal runter gehen, sehen wir hier schon, er hat jetzt hier die Werte entsprechend gelb markiert. Hier ist zum Beispiel unser Auto Off. Hier ist unser Backlight. Und hat entsprechend die Werte auch angepasst. Es gibt für ein paar Sachen Quick Settings hier oben. Wir können zum Beispiel hier sagen, okay, wir wollen jetzt DC und AC tauschen. Jetzt achtet mal hier drauf. Wir haben ja AC Volt, Dotless und DC Volt. Wenn ich das hier drücke, zack, hat er das hier getauscht. Jetzt ist Standard DC aktiv. Und wenn wir drücken AC und dasselbe hat er auch für die ganzen Ampere Ranges gemacht. Das heißt also, auch da wäre dann DC Standard. Dasselbe können wir für Continuity und Resistance machen. Wir haben ja per Standard Ohm. Und wenn wir drücken, kommen wir dann erst in den Durchgangsprüfer, dann in Diode, dann in Kapazität. Wenn wir das hier drücken, dann tauscht er einfach hier die beiden, sodass wir standardmäßig den Durchgangsprüfer haben. Und oben gibt es dann auf Nachfrage. Das letzte oder die letzten beiden sind erstmal die Counts. Wie gesagt, der ältere kann 6000 Count, der neuere 9999. Ich habe hier neueren. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf. Jetzt ändert er hier das Upper Limit und das Lower Limit passend, sodass er möglichst viel Auflösung daraus bekommt. Und was wir auch noch machen können, das ist auch noch eine Sache, die möchtet ihr eventuell haben. Add 6 Amp 2000 Count Workaround. Es gibt einen Bug, wenn wir hier diese 2000 Count machen. Und zwar bei der 2 Ampere Range. Wenn wir die eingestellt haben und drücken dann den Zero Button, was man ja bei DC üblicherweise macht. Dann kann er trotzdem nur 2000 Count anzeigen. Das muss wohl irgendein Bug auf dem Chip sein. Was man aber machen kann, das ist hier. Wir sind jetzt ja auf DC Ampere 6 Ampere. Oder 2 Ampere ist es ja original. 6 Ampere vom Chip her. Das ist eine Methode, wie wir das machen können. Wir können aber auch hingehen und können eine 6 Ampere Dotless machen, heißt das. Wenn ich das mal anklicke, dann fügt er hier unten diese beiden hinzu. 6000 Ampere. Und das passt jetzt natürlich nicht. Wir wollen ja keine 6000 Ampere messen, sondern 6 Ampere. Was er aber auch gemacht hat, was man jetzt wahrscheinlich nicht sieht, weil es nicht markiert ist. Aber er hat bei den Kalibrierwerten diese 6000 Ampere Range geholt und hat die Kalibrierung von den 2 Ampere oder 6 Ampere eingetragen. Das heißt also, diese 6000 Ampere Range, die wird standardmäßig nicht benutzt. Das Multimeter geht ja nur bis 600 Ampere offiziell. Die nutzt er jetzt, um Ampere anzuzeigen. Oder Milliampere sind es in dem Fall ja. Das ist nicht ideal, weil das Multimeter zeigt halt A anstatt MA. Aber man kann immerhin messen. Der hat das jetzt hier als Funktion 2 und 3 zusätzlich gemacht. Ihr könnt auch hingehen und könnt dann hier sagen, okay, das möchte ich aber als Default hier. Wo haben wir sie hier? DC 6000 Ampere. Das wird auch so rum machen. Und dann hier unten den anderen auf Reserve. Einfach nur, falls ich es dann doch nochmal brauche. DCA6, genau so rum. Und ja, so kann man sich da die Funktionen, die man haben möchte, zusammenstellen. Wie gesagt, einziger Bug ist halt dieses 2 Ampere oder 6 Ampere Range. Die hat dieses Problem. Beim Rest funktioniert alles. Wichtig im Übrigen noch bei den Funktionen. Ihr könnt nicht irgendwie auf 20 Ampere plötzlich nochmal Volt legen oder so. Das funktioniert nicht, weil da andere Verbindungen auf dem Board nicht da sind. Aber mindestens innerhalb oder mit dem selben Typ kann man üblicherweise ohne Probleme tauschen. So, wenn wir jetzt hier runter gehen, sehen wir schon, er hat an dutzenden Stellen Sachen geändert. Er hat die Kalibrierung geändert. Er hat die Funktionen geändert und so weiter und so fort. Was wir dann machen können, ist einmal Download. Und wir kriegen hier unten eine UT210-Edited.bin. In dem Fall hier die 14. Weil ich habe es eventuell schon ein paar Mal gemacht. Und, Überraschung, das ist die fertige Datei. Die müssen wir jetzt nur noch auf den Chip drauf machen, so wie wir es auch runter geholt haben. Und, ja, damit haben wir das Thema im Prinzip erledigt. Haben die neue Konfiguration da drauf. Und haben hier unser Multimeter, zumindest für meinen Anwendungsfall, deutlich nützlicher gemacht. Weil wir haben plötzlich mehr Auflösung. Wir haben die Funktionen, die DC-Funktionen, die ich eigentlich jedes Mal benutze. Direkt als Standard. Ich muss sie nicht erst einstellen, per irgendwelchen Tasten drücken. Und wir haben obendrein noch hier Backlight gesteuert und solche Sachen. Und, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie gesagt, wenn ihr das selber, so ein Multimeter habt, den Umbau machen wollt, der Kalkulator ist auf GitHub. Probiert ihn aus. Ich gebe keine Garantie, dass alles wirklich 100% stimmt. Aber für mich hat es funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, gerne entsprechende Pull-Requests. Dann gucken wir einfach mal, dass wir das wieder repariert bekommen. Aber wir haben jetzt hier ein Multimeter. Da ist eine neue Konfig drauf. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Dann gucken wir mal, ob das Ganze auch funktioniert hat. Wenn wir jetzt einschalten auf Volt, müsste er mit DC starten. Nicht mehr mit AC wie vorher. Und das sieht gut aus. DC, Millivolt. Wenn ich jetzt drücke, haben wir wieder AC. Das heißt also, keine Funktion verloren. Okay. Bei Ohm hatte ich es so eingestellt, dass er nicht mit Ohm startet, sondern entsprechend mit dem Continuity-Modus. Also, ja, sieht auch gut aus. Das heißt also, wenn wir jetzt, sagen wir hier irgendwo was ankabeln. Okay, das hier kann jetzt natürlich sein, weil er nicht ganz zusammengeschraubt ist, dass er nicht gut Kontakt macht. Aber ich denke, man hört es. Continuity geht. Und wenn ich drücke, komme ich trotzdem noch auf den Ohm-Modus. Ist das Ohm? Ja, Mega Ohm. Okay. Volt für Diode und dann Kapazität in Fahrrad. Klappt also auch alles noch. 2 Ampere-Modus habe ich so eingestellt, dass er jetzt mit Dotless startet. DC. Das heißt, wir sind jetzt DC tatsächlich, aber wir haben keinen Punkt. Zero. Ja, sieht gut aus. Der müsste jetzt entsprechend dann auch mehr Counts haben. Wenn wir drücken, kommen wir auf AC. Was jetzt noch interessant wäre, wie sieht es mit unseren 6000 Counts aus? Der hier ist ja offiziell ein 2000 Count Meter. Also, gucken wir einfach mal, ob das auch jetzt tatsächlich stimmt. Das heißt, ich stelle hier mal mein Netzteil irgendwo auf etwa 1 Volt. Stecken wir das mal hier ein. Und wir kriegen, Überraschung, etwa 1 Volt. Das sieht gut aus. Die Frage ist, wie verhält sich das Ganze jetzt, wenn ich hochdrehe? Normalerweise müsste er bei etwa 2,2 Volt den Punkt nach rechts verschieben. Weil er ja nur 2000 Counts hat. Also, gehen wir mal hoch. 2. Das ist jetzt das offizielle Limit. Inoffiziell 2,2. Aber, wie wir sehen, er geht immer noch weiter. Und da hätte die Originalkonfiguration den Punkt schon verschoben. Und uns eine Stelle hinten entsprechend weggeholt. Aber wir können tatsächlich bis 6 Volt nach oben. Oder genauer gesagt 6,2. Wenn ich jetzt hier die 6,2 erreiche, sehen wir. Dann schaltet er um und geht entsprechend eins rüber. Wenn wir runtergehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mein Limit hatte. Ich glaube bei 2. Dann geht da wieder eine entsprechende runter. Könnte ich auch mal ein bisschen hochstellen. Wie gesagt, ist noch nicht die finale Config, die ich hier drauf habe. Okay. Okay. Also. Mein Multimeter ist jetzt entsprechend umgebaut. Hat für mich deutlich mehr Nutzen. Weil ich nicht jedes Mal hier auf DC klicken muss. Und gleichzeitig noch eine höhere Auflösung. Oder länger eine höhere Auflösung. Bis 6 Volt und nicht nur bis 2 Volt. Was klasse ist. Weil das heißt der ganze 5 Volt Bereich. Den man ja so bei Mikrocontrollern hat. Oder auch 3,3 Volt. Ist jetzt mit einer Dezimalstelle hinterm Komma mehr. Und auch Continuity hier auf Standard. Also der Pieper. Ist für mich sehr praktisch. Wo auch immer jetzt die Messspitze ist. Das hilft auf jeden Fall, dass ich nicht jedes Mal so viel drücken muss. Gut. Ähm. Ich frage mich ehrlich gesagt wieso. Zumindest mal das DC und AC wechseln. Der Hersteller nicht von Haus aus gemacht hat. Denn sind wir mal ehrlich. Hier so ein kleines Zangen Multimeter. wird man eher im Hobbybereich mit DC finden. Als bei einem richtigen Elektriker mit AC. Der wird dann eher auf größeres Gerät zurückgreifen. Vor allen Dingen. Weil Zangen Multimeter die nur AC können. Auch günstiger sind. Als hier so ein DC und AC Strom Zangen Dingen. Wie auch immer. Ähm. Ja. Für mich funktioniert das Ganze so. Habt eine Menge über JavaScript gelernt. Um diesen Kommien Kalkulator zu schreiben. Wenn das nachbauen wollt. Ich habe euch ja gezeigt wie das geht. Die Software ist unten drunter. Klammern kosten nicht viel. Und zum Programmieren. Im Zweifelsfall reicht halt auch da. Irgendein günstiger Adapter. Der kriegt man auch irgendwie für 3-4 Euro würde ich schätzen. Und damit kann man doch sehr viel noch hier aus dem Ding rausholen. Und das Ganze ein bisschen angenehmer zu benutzen machen. Gut. Ich würde sagen. Der tut jetzt das. Was es meiner Meinung nach soll. Unfall ist. Bin. Die Software ist wichtig. Äh. Und.